Kennen Sie diesen Mann? Sie werden es mir gleich sagen. Reinhold Mayer, erster Ministerpräsident der FDP in Baden-Württemberg 1949 bis 1953 und er war länger als 28 Tage im Amt. Ich habe lange Zeit gedacht, Sie wären der einzige Ministerpräsident der FDP gewesen, aber Sie hatten noch einen Vorgänger in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Würden Sie denn nochmal zur MP-Wahl antreten? Ich glaube, die Situation, die wir am 5. Februar 2020 gesehen haben, die wird sich so nicht wiederholen. Das war ja aus dem Wahlabend 2019 geschuldet und das wollte als Kandidat antreten, damit nicht nur in meinen Augen von linksextrem und rechtsextrem zur Wahl steht. Und dann ist die Wahl so gelaufen, wie wir das alle interpretiert oder erlebt haben, dass ich am Ende eine Stimme mehr hatte als jetzt Amtsinhaber Ramelow. Ich glaube, die Konstellation kommt nicht und objektiverweise tritt derjenige an zur MP-Wahl, der ein Bündnis führt und doch die größte Fraktion stellt. Wenn am Ende rauskommt, sage ich mal scherzhaft, dass die FDP die größte Fraktion stellt, will ich nicht ausschließen, aber da wissen wir beide, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich unter eins. Ja, aber es reicht für die Agenturmeldung, Kemmerich schließt neue Kandidaturen nicht aus. Wir sehen hier gerade nochmal das Bild von der Linksfraktionschefin, die Ihnen da die Blumen vor die Füße geworfen hat. Waren schon dramatische Szenen. Wusste eigentlich Christian Lindner im Vorfeld, dass sie antreten würden? Dass sie antreten würden, ja. Und hat er das irgendwie kommentiert? Er hat kommentiert, das ist die Entscheidung der Thüringer FDP und das war dann weiter, tiefer haben wir nicht diskutiert. Im Nachhinein klang es eigentlich so, als ob er da eher auf Distanz gewesen sei, aber gut. Also, ich habe ihn informiert, die zwei, drei Tage vorher, wo die Diskussion an den Punkt kam und er hat immer gesagt, das entscheidet ihr, wir können das von außen nicht beurteilen. Es gab natürlich auch mahnende Worte, keine Frage, aber ich war am Tag vor der Wahl, am 4. Februar, war ich noch hier in Berlin und habe mit Kollegen von Ihnen über den nächsten Tag diskutiert. Und als ich dann gefragt wurde, glauben Sie ernsthaft, morgen eine Chance zu haben, wurde ich fast ausgelacht, wo ich gesagt habe, eigentlich keine, aber 5% sind auch eine Chance. Aber so war die Einschätzung. Eine halbe Stunde nach dem Wahlergebnis, dem Vergündungswahlergebnis, waren alle schlauer. Ich wiederhole es auch ganz gerne, vor allem, was an Kritik und Einschätzung über diesen Wahltag gegeben ist. Aber die Antwort auf eine Wahl, die man für politisch anders einen Ort behält, ist konstruktives Misstrauensvotum oder Ähnliches. Und kein Blumenstraußwurf, kein Anruf aus Südafrika und keine tausend Leute bei mir vor der privaten Haustür oder an anderen Büros der FDP bundesweit, von Nord nach Süd und West nach Ost. Und das müssen sich die Fragen, die das initiiert haben. Und ich weiß von vielen Leuten, die sagen, dieser Tag oder der Umgang mit Ihrer Wahl, Herr Kemmerich, hat bei mir ein großes Störgefühl zum Umgang mit der Demokratie hinterlassen. Wie haben Sie das verfolgt, dass die Kanzlerin aus Südafrika sich zu Wort meldete und in gewisser Weise die Rückabwicklung der Wahl fordert? Es ist ja konstitutiv nicht vorgesehen, dass die Kanzlerin Wahlen in den Ländern rückgängig macht. Ich habe es wie wir alle aus Presse, Funk und Fernsehen erfahren. Und beim ersten Hinhören war die Tragweite mir nicht bekannt. Weil es klang, okay, ich finde das Ergebnis jetzt in Thüringen nicht gut. Aber dass sie diese Ausmaßnahmen, insbesondere in den Reaktionen, wie gesagt, vor meiner Haustür, vor den Institutionen des Freistaates und des Drucks, den hat ja, Kollegen haben das ja aufgeschrieben, wo dann die Kollegen der SPD, der Kanzlerin gedroht haben, bringen Sie den Kemmerich zur Raison, hat der Kollege Alexander aufgeschrieben. Das war schon einmalig. Und letztlich habe ich dann auch gesagt, okay, politisch war es nicht ausführbar. Ich habe direkt nach der Wahl mit SPD vor allen Dingen versucht zu sprechen und auch den Grünen. Die haben brüsk zurückgewiesen. Wir reden nicht mit ihnen, mit der CDU. In Thüringen gab es ja anfangs Gespräche. Die wurden dann vom vermeintlichen Druck von Berlin auch beendet. Sprich, am Abend in der Nacht des Wahltages standen wir politisch alleine da. Und meine Familie und meine Person unter unheimlich persönlichem Druck von außen, von der Straße. Insofern war das Amt weder politisch ausüber noch persönlich durchhaltbar. Das ganze Gespräch darüber, wie Thomas Kemmerich seine Zeit als Ministerpräsident in Thüringen erlebt hat und die Interventionen der Kanzlerin finden Sie auf www.news.de. Einfach mal reinschauen. Es lohnt sich jede Minute. Einfach mal reinschauen. Es lohnt sich jede Minute.